Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeichnen wir Son oder Don oder was weiß ich, Goku oder vielleicht heißt er auch gar nicht Goku, weil ich kenne den eigentlich überhaupt nicht. Das ist jetzt eine Anzeige. Ein Freund von mir schaut gerade, ich glaube es ist Dragon Ball, ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich schaue sowas irgendwie nicht, es gefällt mir irgendwie nicht so, so Anime und so, aber ist ja Geschmackssache. Was wollte ich jetzt sagen? 2.000 Jahre später Genau, der schaut gerade Dragon Ball und der hat mir gesagt, ich soll das machen. Ich soll einfach Son Goku eingeben und das malen. Oder zeichnen oder wie auch immer. Und ich glaube wir kombinieren das Ganze, ich mache nämlich einfach eine Hälfte vom Bild. Mit Bleistift und die andere Hälfte mit Markup. Ja, let's go. Nur, dass ihr euch nicht wundert, am Anfang, also bis ich mit der Vorzeichnung fertig bin, ist das Bild unscharf, weil ich vergessen habe es scharf zu stellen. Äh, ja. Hier habe ich dann bemerkt, dass das Bild vielleicht scharf sein sollte und bemerkt, dass da so ein komischer rötlicher Filter drauf ist. Ähm, ich habe dann das probiert aus so besser. Denn die nächste ist ein bisschen gelblich, aber besser als die andere. So, die Vorzeichnung ist fertig, beziehungsweise ich brauche das Handy nicht mehr. Und ich mache jetzt mal die linke Seite mit Bleistift. Triggerwarnung, ich war ziemlich abgelenkt an dem Tag. Warum, weiß ich nicht. Ähm, ich habe auch teilweise die rechte Seite mit Bleistift angemalt. Aber das ist ihr wurscht, weil da kommt ihr nachher mal gerade. Döhm, ich habe immer noch mehr Begründeten. So, ich habe jetzt die ganze rechte Seite mit Bleistift angemacht und ein bisschen was von Linken leider. Äh, ich male jetzt noch die Haare fertig blau an, jetzt kommt gerade kurz meine Schwester rein ins Bild, ähm, ich habe dann gesagt, sie soll einfach sich daneben setzen und zuschauen. So, ich bin jetzt auch damit fertig, äh, ich bin sehr zufrieden, ich habe jetzt halt auch zwei Unterschriften gemacht, auf einer Seite halt mit Marken und auf der anderen Seite mit Bleistift. Äh, ja, ich bin zufrieden, äh, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, ähm, ähm, wenn nicht, schreibt mir bitte in die Kommentare, warum euch das Video nicht gefallen hat. Äh, ja, über ein Abo würde ich mich generell sehr freuen, äh, im Moment sind ein bisschen weniger als die Hälfte, die die Videos schauen, noch nicht Abonnenten von meinem Kanal. Ja, ähm, das war's, bis nächste Woche.